So, jetzt will ich auch gleich zum zentralen Element wechseln, nämlich zum erstellen, vielleicht mal damit Beginn, eine Arbeitsstelle anzulegen. Dafür haben wir eine eigene Kachel vorgesehen, die einen relativ schnellen Einsprung ermöglicht. Und zwar ganz links oben, neue Arbeitsstelle anlegen, relativ klar, was das bedeuten soll. Da klicke ich jetzt einfach mal rauf. Und was jetzt passiert ist, es geht ein sogenannter Wizard hoch. Das ist ein Eingabeassistent. Der wird in einem extra Dialog einfach oben rübergelegt über die Applikation und führt sie durch die einzelnen Schritte, die notwendig sind, um eine Arbeitsstelle anzulegen. Man sieht hier auch im oberen Bereich des Wizards die einzelnen Schritte. Wir werden eine Arbeitsstelle anlegen. Die Arbeitsstelle muss eine Variante enthalten mindestens und innerhalb der Varianten mindestens einen Bauabschnitt. Und am Ende können Sie das Ganze dann bestätigen, bevor es letztendlich zum Server des VHS geschickt wird, um es abzuspeichern. Sie können den Dialog jederzeit wieder zumachen und den Vorgang abbrechen. Aber wir werden jetzt mit dem Anlängen einer Arbeitsstelle einfach starten und hier auf den Weiter-Button klicken. Zunächst, wie gesagt, werden Sie aufgefordert, die Informationen zur Arbeitsstelle auf oberster Ebene anzugeben. Dazu gehört unter anderem ein Projekt. Da kommen wir später noch drauf, ein bisschen detaillierter darauf zu sprechen. Letztendlich kann ein Projekt, ein Projekt ist so eine umfassende Klammer, mehrere Arbeitsstellen, die so thematisch verwandte Arbeitsstellen zusammenfassen. Man kann Projekte angeben, man muss es aber nicht. Ich werde hier einfach mal so ein Testprojekt verwenden, das bereits im System hinterlegt ist, um hinterher unsere Arbeitsstelle leichter wiederzufinden. Ansonsten überspringe ich das einfach mal hier zum nächsten Schritt, indem ich auf Weiter klicke und werde jetzt dazu aufgefordert, einen Arbeitsstellennamen anzugeben. Ich decke mir jetzt mal einen Arbeitsstellennamen aus, der es uns ermöglicht, die Arbeitsstelle auch im weiteren Verlauf der Schulung heute auch wiederzufinden. Ich wähle einfach mal das aktuelle Datum. Man sieht hier auch, hier sind einige Felder mit einem kleinen Sternchen markiert. Das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Anwendungen. Diese Felder sind Pflichtfelder, das heißt, Sie müssen hier wirklich Daten ausfüllen. Andere Felder wiederum sind rein optional. Da können Sie Daten eintragen, müssen Sie aber nicht. Wie zum Beispiel hier in der Arbeitsstellenbeschreibung. Was noch notwendig ist, ist die Angabe einer Maßnahmenart, und zwar die zentrale Maßnahmenart, die zentraler Inhalt der Arbeitsstelle ist. Einzelne Bauabschnitte selbst werden dann auch noch mal zu einer Maßnahmenart zugewiesen. Ich lasse das jetzt einfach mal hier auf Straßenumbau stehen. Sie sehen, da sind zahlreiche Maßnahmenarten im System hinterlegt. So, jetzt springen wir auch weiter zur Variante. Sie können für jede Arbeitsstelle verschiedene Szenarien letztendlich der Realisierung hinterlegen. Und das passiert im VSM in Form von Varianten. Sie müssen mindestens eine Variante anlegen und eine Variante muss auch Vorzugsvariante sein. Die erste Variante ist auch gleich automatisch Vorzugsvariante. Das sieht man hier oben. Das ist letztendlich die Variante, die dann auf der Straße realisiert wird. Sie können aber zu einem späteren Zeitpunkt die Variante durchaus noch mal wechseln. Ich bleibe hier beim vorgeschlagenen Variantennamen, Variante A. Das können Sie gegebenenfalls natürlich anpassen. So, dann springe ich auch schon weiter und beginne mit der Anlage eines Bauabschnittes. Ein Bauabschnitt im VHS modelliert letztendlich ein Bauabschnitt zu einem Zeitpunkt und an einem Ort. In anderen Systemen ist es durchaus gängig, das nun mal zu unterteilen und Bauabschnitte und Bauphasen separat zu betrachten. Hier im VHS werden nur Bauabschnitte modelliert, die halt jeweils die zeitliche und räumliche Komplimente haben. Wie erwähnt, hat auch ein Bauabschnitt eine Maßnahmenart. Hier kann es dann durchaus sein, dass Bauabschnitte hinzugefügt werden, die meinetwegen den Aufbau oder Abbau einer Baustelle darstellen. Das lasse ich hier aber jetzt trotzdem erstmal stehen. Einige Felder, die sind hier auch noch verborgen, um den Dialog ein bisschen kompakter zu gestalten. Und erstmal Ihnen nur die häufig verwendeten Eingabefelder zu präsentieren. Gegebenenfalls können Sie dann aber hier durch einfachen Klick auf Schaltknöpfe diese Felder dann auch einblenden lassen. Hier zum Beispiel ist dann die Beschreibung eines des Bauabschnittes. Das ist aber auch ein optionales Feld, das heißt, Sie können hier einfach überspringen und dann weiter fortfahren zur Verortung des Bauabschnittes. Hier in diesem Bereich sehen Sie, hier tauchen schon mehr Felder auf. Wir haben verschiedene Eingabemöglichkeiten der Verortung vorgesehen im VHS. Sie sehen hier oben so drei Tabs, drei Register, wo Sie hin und her schalten können. Jeweils ein Tab pro Eingabeart. Standardmäßig werden im VHS Bauabschnitte über eine sogenannte Anschlussstellenverortung verortet. Das heißt, Sie geben eine die Straße an und über die Angabe von Anschlussstellen werden denn die Sektoren ausgewählt und innerhalb der Sektoren die Offsets in Distanzen von den Anschlüssen. Das machen wir auch gleich mal. Alternativ dazu können Sie aber auch direkt ASB-Sektorkennung angeben und die Stationierung da drauf. Oder aber auch, vielfachen Wunsch, haben wir das noch mit einfließen lassen ins VHS, eine Verortung über Betriebskilometer durchführen. Ich mache das jetzt hier aber mal über die Anschlussstellenverortung. Ein Beispiel. Zum Beispiel auf der A4. Von Düren nach Merzenich. Und der Endabschnitt. Da wollen wir von Merzenich nach Elsdorf. Das lasse ich erst mal so stehen. Durch Drücken auf diesen Schaltknopf hier unten, Suchen, wird denn der eigentliche Verortung herausgesucht. Und Sie sehen dann auf der rechten Seite, da geht dann ein kleines Kartenfenster auf, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wo denn wirklich auf der Straße dann der Bauabschnitt liegt. Zusätzliche Informationen sind, das ist die Angabe der Länge des Bauabschnittes, sowie das Fernziel, leichter erfassen zu können, in welche Richtung denn der Bauabschnitt hier verortet worden ist. Man sieht, hier ist relativ lang. Ich werde hier nochmal nicht gleich vom Anfang des Sektors beginnen, sondern etwas später. wird dazu direkt die entsprechenden Distanzen der Anstoßstellen relativ zu den Anstoßstellen an und wiederholen dann doch mal die Suche. Man sieht hier, in der Kartendarstellung wird es entsprechend angepasst und die Länge des Bauabschnittes ist entsprechend auch kürzer. Dabei möchte ich es hier erst mal belassen. Wir haben anschließend immer noch die Möglichkeit, diese Parameter wieder zu verändern. Auch hier sehen wir, hier verstecken sich einige zusätzliche Felder, und die sich einblenden lassen können, durch Klick auf den Button Optionale Felder einblenden. Hier in dem Fall gibt es hier die Möglichkeit, gleichgezielt Anschlussstellen zu sperren oder als gesperrt zu markieren. Das lasse ich jetzt mal aus und gehe jetzt weiter in der Eingabe mit der Definition der Zeitdauer des Bauabschnittes. Sie sehen hier oben Beginn und unten Ende der Zeit. Ich möchte diese Arbeitsstelle jetzt mal im Jahre 2021 stattfinden lassen. Dafür haben wir hier so einen Datumsdialog vorgesehen, wo Sie auch relativ komfortabel zwischen den Jahren springen können. Da müssen Sie dann einfach mal ein bisschen mit spielen, um sich an die verschiedenen Eingabemöglichkeiten hier zu gewöhnen. So, ich wollte jetzt vom 15. Mai eine Arbeitsstelle beginnen lassen, den Bauabschnitt beginnen lassen, 7 Uhr. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und die soll gehen bis zum 14. Juni. So, das lasse ich hier auch stehen. Was Sie hier noch beachten sollten, ist, dass eine volle Stunde immer angegeben wird durch eine Null beim Beginn. Das heißt, 7, 0, 0. Da beginnt die Stunde zwischen 7 und 8 Uhr. Und sie endet mit 59. Das heißt, 59 bedeutet, die letzte Minute der Stunde ist hier inklusive gemeint. Das ist durchaus in anderen Systemen teilweise anders. Da muss man dann das Ende doch die volle Stunde angeben. Im VHS ist es so, dass 59 das Ende der Stunde bedeutet. So, Sie sehen hier auch nochmals zusammenfassend die Dauer der Arbeitsstelle, die sich dann halt direkt aus diesen Daten ableitet. So, Sie haben hier auch noch die Möglichkeit, gleich Ausschlusszeiten zu definieren. Das heißt, wenn Sie wünschen oder wenn Sie angeben wollen, dass der Bauabschnitt zwar in diesem Zeitbereich stattfindet, aber durchaus zwischendurch zurückgebaut wird und keine verkehrlichen Beeinträchtigungen stattfinden, zum Beispiel zu Berufsverkehrszeiten, haben Sie hier die Möglichkeit, direkt Ausschlusszeiten anzugeben, als auch umgekehrt Bauzeiten, das heißt die Bereiche, in denen ausschließlich die Arbeiten stattfinden. Das möchte ich hier ganz kurz zeigen, welche Möglichkeiten hier bestehen, aber ich werde diese anschließend wieder auslöschen, um die Arbeitsstelle nicht gleich zu komplex zu gestalten. Wie gesagt, Sie haben hier die Möglichkeit zu sagen, Ausschlusszeiten, dann können Sie hier einzelne Ausschlusszeiten definieren, können wirklich Zeitbereiche angeben, können sagen, hier meinetwegen Werktage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr möchte ich eine Ausschlusszeit haben und dann möchte ich, kann ich noch weitere hinzufügen, zum Beispiel, liegt in der Zeit ein Feiertag und hier kann ich zum Beispiel fix am 29. Mai, ohne dass ich jetzt konkret weiß, ob das ein Feiertag ist, bis zum 30. Mai zusätzlich sagen, hier wird nicht gebaut. Dieser Tag, oder ich kann es natürlich auch einschränken, wiederum auf eine gewisse Uhrzeit, wird dann als Ausschlusszeitmittel hinzugefügt. So, hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Ein relativ flexibles Werkzeug. Ich möchte jetzt aber erst mal darauf verzichten. Sie haben hier weiterhin die Möglichkeit, die Baubetriebsform auszuwählen und abzuändern. Standardmäßig setzt das VHS das auf Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichtes, Baubetriebsform 2. Wenn Sie aber abweichende Angaben tätigen wollen, dann können Sie sich das entsprechend einblenden lassen, dieses Feld und abändern. So, ich möchte es jetzt mal dabei belassen und fahre jetzt fort mit der Angabe der Verkehrsführung für diesen Bauabschnitt. Im VHS selbst sind zahlreiche Regelpläne hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit, Regelpläne entsprechend zu verwenden und auszuwählen. Und das VHS leitet aus diesen Regelplänen dann schon diverse Parameter wie Fahrbahnquerschnitt, Verschwenkung usw. zulässige Höchstgeschwindigkeit ab. Sie können aber jederzeit diese Werte noch manuell überschreiben und anpassen. Es ist ja allgemein bekannt, dass in zahlreichen Bundesländern doch eigene Regelpläne vorhanden sind und dementsprechend können Sie dann trotzdem auf die Standardregelpläne aus dem VHS erstmal zurückgreifen und die dann gegebenenfalls anpassen. Ich möchte das jetzt hier erstmal machen. Ich wähle jetzt mal einen davon aus, in dem ich weiß, dass er so halbwegs zur Strecke passt. Das ist der hier. Das ist hier drunter. Gleich wird der Fahrbahnquerschnitt abgeleitet. In grafischer Form. Sie können da raufklicken. Mit der Maus. Da sieht man sich, da geht so ein weiterer Dialog hoch. Der Querschnittseditor. Und Sie haben hier gleich mal die Möglichkeit, den Querschnitts nochmal anzupassen. Das ist ein schönes Werkzeug. Sie können hier auch grafisch den Querschnitt editieren. Hier haben Sie oben eine Werkzeugleiste. Hier können Sie zum Beispiel eine Spur sperren, indem Sie hier dieses rote Kreuz nach unten ziehen und dann anschließend durch Klick auf die Fahrspuren, die Fahrstreifen, die unten aktuell aktiv sind, können Sie das dann auch entfernen. Da gibt es dann eine Mülltonne. Tonne und Klick auf Mülltonne bedeutet naheliegenderweise dann entfernen. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Anpassung gemacht. Sie sehen hier unten auch gleich, das VS stellt es auch in Textform dar. Die Syntax selbst, die ist vielleicht im einen oder anderen auch gläufig. Sie können auch direkt innerhalb des Textes Ihre Angaben tätigen und sehen, dass gleich die grafische Darstellung davon abgeleitet wird. Je nachdem, welche Eingabemethode von Ihnen bevorzugt wird, können Sie das entsprechend durchführen. Ich möchte das aber einfach mal jetzt dabei belassen und sage jetzt abbrechen. Das heißt, die Änderungen werden jetzt nicht übernommen. Abgeleitet aus dem Fahrbahnquerschnitt bietet das VS denn auch mögliche Verkehrsführungen an. Diese sind ja teilweise nicht eindeutig. Hier zum Beispiel 3N plus 3 oder 3 plus 3 wäre möglich. Hier können Sie dann entsprechend nochmal Anpassungen durchführen. Ich möchte es aber auch hier dabei belassen. So, auch hier verstecken sich zahlreiche optionale Felder. Zum Beispiel Angaben, ob der Bauabschnitt sich in einem Tunnel befindet oder nicht. Oder ob die Autobahn hier an dieser Stelle einen Seitenstreifen hat oder nicht. Sie haben hier die Möglichkeit, diese Angaben nochmal zu tätigen. Das sind teilweise auch Angaben, die wir nicht direkt aus dem Streckennetz ableiten können und wo wir dann auch entsprechende Angaben durch sie angewiesen sind, um die passende verkehrliche Bewertung anschließend durchführen zu können. Wir belassen das mal dabei und ich fahre fort zur Angabe der Fahrstreifeninformation. Abhängig von der zuvor getätigten Angabe des Fahrbahnquerschnittes werden hier auch entsprechende Spuren gleich angezeigt. Sie müssen hier dabei bedenken, dass Bauabschnitte hier jeweils im VHS nur eine Richtung, nur die Fahrtrichtung betrachten. Das heißt, Sie haben zwar, ich springe jetzt mal ganz kurz zurück, den Fahrbahnquerschnitt auch für die Gegenrichtung hier sichtbar, aber der Bauabschnitt modelliert letztendlich nur die Hinrichtung. Wenn eine Arbeitsstelle oder ein Bauabschnitt letztendlich auch die Gegenrichtung betrifft, müssen Sie anschließend auch einen weiteren Bauabschnitt in Gegenrichtung hier im VHS anlegen. Deswegen sehen wir hier auch unter Fahrstreifen auch die entsprechenden Fahrstreifen der Hinrichtung. Ich möchte hier einfach mal eine Angabe ändern auf die Fahrbahnbreite für den Überholfahrstrafen. Zwei setze ich hier mal auf 2,5 Meter. Wir leiten einige Informationen, gehen wir hier vor. Die müssen Sie dann gegebenenfalls noch anpassen. Ebenso zulässige Höchstgeschwindigkeiten ohne Baustelle als auch mit Baustelle. Als Mitbaustelle wird auch aus dem Regelplan initial abgeleitet, kann dann natürlich noch angepasst werden. Einige Felder sind schreibgeschützt, das heißt, die können Sie nicht anpassen, zum Beispiel die Anzahl der Fahrstreifen. Das sind natürlich Attribute, die wir direkt aus dem Fahrbahnquerschnitt ableiten und hier nicht weiter angepasst werden müssen. Auch hier haben wir noch ein paar optionale Felder, zum Beispiel Hinweise für Schwertransporte, das dann wiederum relevant sein kann für die Wissmeldung. Das war es auch schon mit diesem Bauabschnitt. Ich springe jetzt weiter und hätte jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte hier gleich einen weiteren Bauabschnitt anlegen oder Bauabschnitt in Gegenrichtung, aber ich möchte es hier erstmal dabei belassen und den Wizard beenden mit der Erstellung eines Bauabschnittes zusammen mit Variante und Arbeitsstelle. Dazu klicke ich jetzt einfach auf Speichern. Damit werden die Daten zum Server übertragen, abgespeichert und auch gleich hier in einer Übersicht dargestellt. Das ist der Eingabe-Wizard. Ich bin jetzt relativ langsam durchgegangen. Sie werden aber schnell merken, wenn Sie die Arbeitsschritte verinhaltigt haben, können Sie auf diesem Wege rechtzügig denn auch neue Bauabschnitte innerhalb kürzester Zeit hinzufügen. Also das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Herr Kliche. Wir wollten Ihnen ja jetzt möglichst die Funktion nicht in voller Breite oder in großer Breite zeigen. Wie Herr Kliche schon sagt, Sie können sich da wirklich schnell durchklicken, wenn Sie eine gewisse Routine haben, dauert das einigen von so einem Bauabschnitt wenige, wenige Minuten. Genau. Was ich jetzt noch machen möchte, ist zu dieser Arbeitsstelle, die ich gerade angelegt habe, mit einem Bauabschnitt noch einen weiteren Bauabschnitt hinzufügen, dass wir einfach noch ein bisschen Futter haben für die weitere Demonstration. Was wir hier sehen, ist jetzt erstmal direkt nach der Eingabe durch den Wizard landen wir in der Arbeitsstelle und sehen hier die Variante. Aktuell gibt es nur eine Variante, wir haben noch eine angelegt. Da wechsle ich jetzt mal rein, das ist so eine Tabellenansicht, da sprechen wir auch später nochmal drüber und sehen hier in der Variante diesen einen Bauabschnitt, den wir gerade angelegt haben. Ja, den könnte ich mir jetzt nochmal angucken. Durch Doppelklick können hier einzelne Attribute noch verändern, wenn ich möchte. An der Stelle möchte ich aber, wie gesagt, einen weiteren Bauabschnitt hinzufügen. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. Wir haben hier oben rechts ein Plus-Symbol und damit kann jederzeit auch zu einer Variante weitere Bauabschnitte hinzufügen. Hier sehen Sie, hier geht ebenso ein Wizard-Fenster auf, sein Eingabeassistent. Diesmal befinden wir uns aber nicht am Anfang bei der Erstellung der Arbeitsstelle, sondern sind hier schon recht weit hinten im Abschnitt zur Erstellung des Bauabschnittes. Die Bezeichnung sehen Sie, wurde auch entsprechend gleich automatisch ausgefüllt. Sie können hier aber Änderungen vornehmen. Da verzichte ich jetzt mal drauf. und ich möchte jetzt einfach mal einen Bauabschnitt anlegen, der sich ganz in der Nähe des gerade erstellten Bauabschnittes befindet. und ich weiß nicht, Hälsdorf. und der Bauabschnitt soll natürlich in einem ähnlichen Zeitbereich liegen. 2021 vom 15. Mai zum bis zum 14. Juni hat man gesagt. Ich lasse die mal um 8 Uhr anfangen. So, Regelplan. Ich zähle irgendwas anderes mal aus. Ohne hier groß auf die Detail zu gehen, also fachliche Korrektheit müssen Sie hier an dieser Stelle jetzt nicht erwarten von mir. Hier geht es jetzt erstmal darum, überhaupt noch mehr Foto reinzukriegen. So, jetzt sehen Sie auch, ich habe den Visat relativ schnell abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt wurde angelegt unterscheint jetzt auch hier in der tabellarischen Ansicht. Untertitelung des ZDF, 2020